Hallo, sehr schönes Outfit, wie nennt man das? Das heißt Gant. Gant? Genau. Kennst du den Tanz Atan? Ja. Okay, ich muss dich jetzt erstmal angucken, weil auf den ersten Blick denke ich, das ist afghanisch. Für welches Essen seid ihr bekannt? Einer der bekanntesten traditionellen Gerichte ist ein Reisgericht namens Kogoli. Das serviert man ganz traditionell mit karamellisierten Rosinen und Karotten. Sprichst du Russisch? Nein. Also eine Abzweigung ist eine Variation von Persisch. Okay. Verstehst du Iranisch? Ja. Da habe ich meine Antwort. Afghanistan. Ich glaube es ist Iran, ich sage einfach Iran. Ja. Ja, also ich glaube Kurdistan. Es war Afghanistan. Ach krass, okay. Es ist Afghanistan. Ich wusste nicht, dass man in Afghanistan Persisch spricht. Also wenn ich das nicht richtig hätte, dann hätte meine Mutter mich rausgekickt mit Koffer und sagt, verpiss dich.